Zack Gib mir Kekse, gib mir Kekse, gib mir Kekse Gib mir Kekse, gib mir Kekse Was war nochmal mein Safe Word? Käsekuchen? Thunfischdose War es Käsekuchen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht Thunfischdose war Ja, das könnte Käsekuchen gewesen sein Übrigens, in Quedlenburg tobt immer noch der Krieg zwischen den Käsekuchenmanufaktoren Was? Die Kriegssager Nein, das ist tatsächlich auf wahren Begebenheiten beruhen, dass in Quedlenburg... Man möge mich fotografieren, was bist du denn für ein hochnäsiges Stück Scheiße Ich habe ja schon vieles bei meinen Handwerkern erlebt, aber das... Hört sich nach einem echten Hendrik an Was passiert hier gerade? Keine Ahnung, es eskaliert mal wieder quickly Ey, süßer Warten wir mal rausgehen Ey? Was? Ja, mach lieber mit deinem Heuder weiter Ich warte dann da schön auf dich, wenn du mich so machst Ist denn eng? Ja Ich würde mich hier ganz schnell daraus verabschieden, das eskaliert hier gerade auf beiden Seiten Flieh, solange du noch kannst Flieh, ihr Narren Fly, Jufu Ich liebe dieses Filmzitat Lass dich durchgehen Vor allem weil Alex es nicht kennt Flieh, ihr Narren? Nein, flieh Du musst dir einfach nicht verzeihen, dass du noch nie Noch nie diesen schönen Film gesehen hast Alex hat nie Herr der Ring geschaut Alex hat nie Herr der Ring geschaut Alex hat nie Herr der Ring geschaut Ja, Alex hat noch nie irgendwas Ich kenn... Nee, ja Wir können das jetzt Ewigkeiten vorstellen Alex ist scheiße Endlich spricht's mal jemand aus Ist nicht so, dass wir schon die ganze Zeit drüber reden, aber Alex ist... Oh shit Ja Ich wünschte es gäbe bessere Straßen in der Arktis, echt Diese Eisstraßen sind kacke Nee, die sind vereist Feuerwerk, Junge 50 Cent Ach komm Oh komm, jetzt war doch nicht so schlimm Ja, der war schon scheiße, aber doch irgendwie asozial Das wäre auch eine Beschreibung von dir Schon irgendwie scheiße, aber asozial Uh, jetzt holt er die dicken Beleidigungen raus Knechtet ihn Jetzt holt er die dicken raus 50 Cent, das ging ja richtig schnell Super Du hast... Guck mal, Regelverstoß Wir sind schon wieder bei 7 Euro, ja? Ein akuter Regelverstoß, dass du sogar noch nicht mal auf die Abstimmung von den anderen wartest Alter, man Was soll das so teuer? Was soll das? Wirst du das ignorieren? Wirst du aber nicht Ach scheiße, wir haben kein Item dafür Zum Horizont So, ich... Ich kümmere mich jetzt gleich mal um alle Zinkminen In der Hoffnung, dass ich dann hier einmal auch... Ja, wo bleibt denn Zink? Ich schaue hier in meinen Lager... Das wird schon... Stopp mal, das wird schon geliefert, my fellow friend Da sind ja sogar 200 Tonnen da hier, gleich mal neue Zinkminen Das wird schon geliefert hier, du Spassier Ich wollte schon sagen Vier neue Zinkschmelzen sind da, los geht's Hast du das Schiff auch schon gefunden, was dir das liefert, hä? Hat nämlich einen lustigen Namen, passend für dich Interessiert mich nicht, wie das Schiff heißt War irgendwie klar Das Schiff heißt Zinktrick D Okay Können wir bitte sagen, dass es 50 Cent wert ist? Nein Nein Das ist so ein Scheißwitz über meinen Namen Ich weiß, aber trotzdem nein Heretic This book says you are heretic Guck mal, Hendrik, das passiert, wenn du mal demokratisch vorher abstimmen würdest, bevor du immer 50 Cent rufst Du wirst auch mal abgelehnt 50 Cent 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 Der ist halt einfach ein Fan von 50 Cent 50 Cent Warte mal, gibt's nicht irgendeinen... Ja, 50 Cent 50 Cent, richtig Nein, 50 Schilling 50 Schilling 50 Schilling Das war der Deutsche Was? Wat? Bei Hitler kaputt Da war die Einspielung schon 50 Cent Aber das war dort 50 Schilling Das muss ein Bug sein Das muss ein... Die Häuser leuchten Das muss ein Bug sein Es ergibt keinen Sinn Die haben die Erleuchtung Ich packe hier ein Postbankier in das Rathaus rein Da steht Einwohner erbringen zusätzliches Einkommen aus Bankhaus und zusätzliche Zufriedenheit aus Bankhaus Hier leuchten alle Häuser Auch Arbeiter- und Handwerkerhäuser Da nehmen wir es so hin Nein, die dürfen nicht blau leuchten Die brauchen ja keine Bank Also ganz nebenweise Gibt übrigens keinerlei Sinn Dass die Autos Auf elektrischen Straßen nur fahren Ja, das... Die fahren auch auf teilweise nicht elektrifizierten Straßen Das ist irgendwie ziemlich buggy, glaube ich Nein, das ist ein Auto 50 Cent Ja komm, der Kampf verzögert, Mensch Ja, weil ich mich hier mit... Das ist ziemlich buggy Entschuldigung, ich musste nochmal ein bisschen richtiger stellen Bleib dein Schiff endlich Das ist ziemlich Dampfwagen eigentlich Das sind Dampferhägen Ach komm jetzt hör auf zu heulen Du willst es doch auch Alex Weißt du, langsam schäme ich mich dafür den gleichen Namen wie gut zu tragen Ja, dann nenne ich... Zu dir hätte echt der Name Kevin oder Chantal besser gepasst Ja, Chantal war ja damals im Rennen, ne? Also das war dann... Also wenn schon Chantalle mit Doppel-L Also wenn schon Chantalle mit Doppel-L Geil Chantalle, Shaqueline Ja Dann aber auch bitteschön mit... Den Nebenerflächen, ja? Henrik, ich muss übrigens noch auf das... Obra ist es dir eigentlich schon aufgefallen? Was? Nein, der Arktis Hast du da auch gemalt? Nein Ich bin doch nicht behindert Doch, aber äh... Hast du mich gerade behindert genannt? Nein Oh, Bief, 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 Bief Krieg ich die Erklärung Das war ein absichtlicher Angriff auf dich, Kuraten Alex Speicher mal Speicher? Ui Oh nein, es geht wieder los Ich kenn diesen Satz Kuraten Er hat gesagt, hab ich nicht auf dich gezielt, sondern eigentlich auf seine Schrift Genau Weil er hat mir zuerst geschrieben auf seiner Insel Was hat... Moment, warte mal, warte mal Was hast du geschrieben? Und vor allen Dingen wo? Nicht, ich sag dir doch, ich hab nichts geschrieben Warum sollte ich denn hier hengucken? Die werden alle sterben, egal was passiert Na, dein Schiff da unten, was da aber noch rumhängt Ja, das musst du... Alex, du solltest echt besser einmal speichern Äh... Warum, warum ist das so einge... äh... Warum passiert das immer mir? Siehst du das, Mim? Ich geh mal frische Luft atmen, während meine Flotte sich bewegt Gerade in der falschen Region dafür Weißt du was? Ich bin nicht der Arsch Ich bin nicht der Arsch Ich bin nicht der Arsch des Projekts Es gibt immer irgendeinen Arsch des Projekts Ich bin der nicht Du bist derjenige, der es auslöst Nein Ich... Warte, warte, schau mal Wenn dann wirklich wenigstens wissen, warum Ich will dann wenigstens wissen, warum Bedenke, Alex Bedenke, Alex Wir haben wechselnde Partner in den Projekten, ja? Aber immer bist du anwesend Wenn irgendwas schief geht Ich krieg die Scheiße halt zufällig immer ab Du warst aber auch dabei, ne? Nur so zur Information Und... Max hatte dir damals den Krieg erklärt Ich hab... Also ich hab langsam echt keinen Bock mehr weiter zu spielen, muss ich ehrlich sagen Okay, dann beenden wir das Ganze Noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal Nein Was ist denn jetzt los? Schreibt jemand... Äh... Schreibt jemand Abspann auf die... Äh, Henrik, ich müsste gleich mal bei dir irgendwo... Äh... Genau Ich müsste gleich mal bei dir irgendwo, äh... Dingens kaufen Zement Was? Zement wollte ich ja noch kaufen Ich hatte das Schiff aber in die Arktis geschickt Gut, dass du mich erinnert hast Ja, hol dir, ist... Der Handel ist offen Ich muss jetzt mal dein Konto auch finden gerade Da Tatsächlich Kuraten, du weißt, dass das eine super doofe Idee ist Ja, deswegen bitte ich ihn ja darum Dass er dann mal speichert Äh... Black Black, Standbild Ne, läuft Geht noch Nein Nein Stammbild Jetzt geht's wieder Bei mir lief's Wuuuuh... Risiko Aber ich bin sowieso dafür, ja Dass wir langsam ne Pause einlegen, weil... Reichstein... Ja, außerdem ist mein Pizza halt da Wenn wir noch 4 Minuten machen, haben wir 2 Stunden 50 Was denn das ist hier für ne Verlust? Ja, hätten wir mal nicht ne Stunde vorher rumgetingelt, dann wären wir weitergekommen Abdrehen beginnen Das war Smalltalk war das Äh... Ja Und warte mal... Darf ich nochmal alle daran erinnern, dass du derjenige warst, der alle aufgehalten hat? Kann ich so viel... Kann ich so viel... Und ablenken Ach, Tiff steht bereit! Alles gut Du hast noch irgendwas gemacht in... Keine Ahnung wo... In welchem Spiel Red Dead Red Dead Ja, will er Das ist ein ganz tolles Spiel Will er Sinning, du hast doch auch Red Dead Wollen wir mal zusammen spielen? Der Kubra nervt total Wollen wir zusammen spielen, aha 50 Cent Sinning? Ja Hast du dann was vor, oder bist du dann wieder weg? Direkt Ich bin dann erstmal weg Ah, es gibt dann noch World of War Beef Nee Wo bist denn dann? Nee, ich hatte jetzt auch nicht wegen World of Warships Anfrage Nee, ich würde dann... Hiernach würde ich dann noch für Montag, wo ich noch einen Arbeitsauftrag ergeben Wenn du jetzt gesagt hättest, dann gehe ich ins Bett Klar Dann hätte ich echt an deiner Gesundheit gezweifelt Ja, ich würde 10 Ah, sehr schön, die Einschüchterungstaktik hat geholfen Ich wollte eigentlich nur noch was mit dir besprechen Was ganz harmloses Äh, war doch... Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen Meine Berühmtheit ist angekommen Ah, was... Es lag bei Nate Äh, nee, bei uns nicht bei mir nicht Nee Ah, Epidemie wurde im Ips Beachgeist Jetzt lagts bei mir Jetzt, nee, jetzt Das ist nur ganz klar Entscheidet euch mal Jetzt lagts, nein, doch nicht Aber jetzt, aber nee Spielstand gespeichert Wo sind eigentlich meine Schiffe, die zu dir sollten? Die, die hängen sonst wo, anscheinend Geht man mal in die Weltkarte Ja, die Flotte ist aktuell auf Weg 21 Schiffe werden überfüllt 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 Sklavenhandel ist da Sklavenhandel ist raus Aber das Spiel bietet echt noch viele Möglichkeiten Alleine die Wüsten Das suchst du hier bei den Ausgestoßenen Uuuuh Allein im Süden hier, diese Wüstenregion könnte noch interessant werden Können wir fast vorstellen, dass ein Eis vom Norden in den Süden gebracht werden muss am Ende Was? Oder dass man im Süden bessere Zinkminen findet Du glaubst, es wird noch weiter ausgebaut Damit Klein Chantal in der Wüste ihr Eis lecken kann, ihr Erdbeereis Hm, zum Beispiel Jo, das ist ja mal eine ziemlich krasse Klippe Geht mal in die ganz obere Ecke Von der Arktis Das ist mal eine ziemlich fette Klippe Welche Ecke? Wie viel Meter ist die wohl hoch? Ach, du meinst die da? Ja, die ist ganz schön nett Du bist ja schnell wieder zurück Da könnte man ein Anno-Union-Zeichen verstecken Ja, aber kann ja leider nicht drüber laufen über die Umgebung Ähhhh Zumindest habe ich keinen Weg gefunden Von der Union drüber laufen könnte Die Passage Wenn sie das gemacht hätten Ich hätte die Passage echt gefeiert Ach, die? Ganz ehrlich, wenn sie das hingekriegt hätten Wenn sie das hingekriegt hätten, dass man hier noch laufen kann Dann werde ich echt feiert Das Gesamte Haben die jetzt Schnaps? Hast du einen schönen Ausblick auf der Klippe da oben? Nein, haben die nicht, warum habt ihr keinen Schnaps? Hätte man ja Vor allen Dingen, das wäre der optimale Punkt, um Leute runter zu stoßen Wir müssen ja mal auf den Sack gehen Also ihr würdet mich doch unterstoßen Zweimal, dreimal, viermal Hintereinander Äh öfters Wie ein Sherlock Holmes Ich weiß nicht, der ist aus dem Fenster gefallen Und wie oft genau ist er aus dem Fenster gefallen? Ah, meine Erinnerung ist noch ganz verschwommen Fall drehen Kennt keiner, oder was? Schaut keiner Sherlock von rein Äh, nicht in der Intensität, dass ich damit sprechen könnte No Leider Leider, leider Ah, da Das eine Schiff ist da Geh hoch zu ihm Fahr hoch Geh hoch Geh hoch Radavu Ach Sinning Neue Welt bitte einmal In den Hafen gucken Finden gerade so einen Ja Eins Zwei Drei Still gestanden Ein letzter Punkt Werner dauert noch die paar Minuten Sind schon rum Ja, ich kauf noch gerade bei Hendrik was ein, dann können wir Und Sinning sollte vielleicht noch sein Items aufnehmen, das wäre schon Jams von Vorteil Sind schon aufgenommen Optimal Schiff ist auch gleich da Ein letzter Blick Baustab bei der Weltausstellung Ja, ich kümmere mich drum Eis wie Schnee, roh Wir können die Zeitung nicht bis in die Arktis austragen Das werden wir mal sehen In der Arktis haben sie keinerlei Effekte Sicher lesen die Leute nie zu viel Zeit Von mir werden sie keinen Muxel Ohne negativen Eid Also man kann keine Scheiße da umbauen War das jetzt schon Zensur oder bloß Ganz sinnig fast laufen Ach, verdammt schade Das wäre ja überhaupt nicht zu sinning Sie haben an Einfluss gewonnen Ja, ich wollte schon sagen Ich verstehe diese Aussage immer noch nicht Wenn man Einfluss ausgibt Dann gewinnt man Einfluss Ja, man investiert es in irgendwas anderes Aber eigentlich verliert man ja Einfluss Kommt da jetzt Schnaps oder Ich Ist dort jetzt hier Die nächste Mission ist auf jeden Fall meine kompletten Zinkreserven die ich habe anzuknapsen Dann müsst ihr halt in der alten Welt gucken, dass ihr eure irgendwie gebündelt irgendwo hinbekommt Und dann hätten wir das Problem erstmal eingegrenzt Wie sieht denn das Zink so aktuell Ja, nur noch 34 Tonnen Aber du siehst, das läuft runter Messing ist aber da Ja, ja klar Also Messing Warte mal, lieferst du Messing oder soll ich das mitnehmen? Weil ich habe ja dann leere Schiffe Ich könnte die ja theoretisch dann voll wieder zurückfahren lassen Ich weiß nicht, ob ich die nehme, ich glaube nicht Irgend, doch, du müsstest mir eigentlich Messing liefern oder hole ich mir das ab? Ne, warte mal, ich hole mir das ab Hab ich ja schon, hä hä, lustig Glühfäden und Messing Ich kann da auch noch ein Schiff drauf ansetzen, ne? So ist ja nur nicht Hast du Schnaps dabei? Du hast Schnaps dabei, gut, dann machen wir jetzt mal 100 Tonnen draus Ich glaube, davon brauche ich mehr So, jetzt nochmal frische Luft atmen, dann können wir Jo Das für heute beenden den Ich denk mir immer so, du gehst frische Luft atmen mit nem Zigarettenfilter davor Wie gesagt, ich hab halt aufgehört zu rauchen Das ist äußerst blödlich, das ist absolut äußerst blöd Wo ist denn das scheiß Schiff jetzt hier? Und wegen dir fange ich jetzt schon wieder an nachzudenken, ob anzufangen Neue Befinden Ich fühle mich verarscht und geehrt gleichzeitig Das musst du auch erst mal kriegen Ich weiß es nicht, ist das gut oder ist das schlecht? Ist das eher schlecht? Och, nö, fuck it Oh, fuck it Erstmal hier einschmeichern Was ist hier los? Der ist immer noch für die Augen in der Nachrichtzeit Pfff Ah, unmöglich, ja gut dann Ah, das war jetzt nämlich gleich doof Stimm mich zu Ich finde diesen Kommentar im Anno-Wiki ziemlich geil Ich finde diesen Kommentar im Anno-Wiki ziemlich geil Das ist ein Das kann sich als ein Desperatungsgeräusch für die Aufmerksamkeit Und eine Inhaltung, um zu herausfinden Was zu einem Geld anzudenken Aufmerksamkeit eigentlich zu deinem Hafen und das ist jetzt irgendwo auf der Weltkarte ich weiß zwar nicht wo aber es ist da jetzt irgendwann rumfahren und übernimmt jetzt seine Runde. Ich weiß nicht wo es ist aber es ist irgendwo. Es ist irgendwo unterwegs. Es ist da. Es ist da. Wann seid ihr fertig mit der blöden Zeppelinhalle? Wahrscheinlich nie. Wenn du so eine Minute dreißig morgens noch dann ist der zweite von der dritten Phase äh zweite von vier Phasen fertig. Henrik du musst deine Leute motivieren. Ganz einfach. Falschenheber. Arbeitet und es gibt Klatschen. Ich mach das wie hier des Simpsons. Lauft. 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 Rastet. Rastet. Oh alte. Die guten alten Folgen. Das ist der Film gewesen aber okay. Das war. Oh das war auf dem Film aber ich kenne die Szene auf jeden Fall noch. War da nicht auch schlaft 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 schlaft. Nein das war nur rastet. Sind sie neugierig? 25. Das beste ist bei meiner. Das ist übrigens so ein Running Gag bei diesen Folgen. Ich will auf meiner Industrieinsel was bauen. Die brauchen ja irgendwie immer Fenster oder Stahlbeton. Produziere ich beides auf der Insel. Das wird auch immer schön aufgestockt. Aber irgendwann kommt halt das Schiff und bringt das wieder weg. Das bedeutet ich will dann was bauen und dann fehlt es in dem nächsten Mal immer noch. Weil ist ja noch nicht schnell genug nachgeliefert worden oder wurde schon wieder weggebracht. Denkste denke ich mir guckst du später nochmal ran. Vielleicht triffst du es ja. Deswegen brauche ich halt Ewigkeiten bis irgendwann mal irgendwas passiert. Jetzt habe ich endlich mal daran gedacht einfach mal zu warten bis das voll ist. Was? Vier Minuten dreißig Produktionszyklus? RIP. Vier Minuten dreißig. Da schmusch ich Busch. Da schmusch ich Busch. Meine Pizza ist da. Dann gleich wieder. Guck mal wir sind gar nicht mal wichtig. Prioritäten. Pizza. Wir. Nee Pizza, 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 Pizza. Dann lange Zeit überhaupt gar nichts und dann kommen wir. Von der Priorität bei ihm. Eine Pizza steht über mir. Ja gut ist auch eine Familienpizza. Da würde ich auch überlegen. Ich glaube Hendrik könntest du zum Mord anstiften wenn er dafür Pizza kriegen würde. Würde der machen der Junge. Wessung verwandelt sich langsam. In was? In so ein Moloch? Eine zivilisierte Stadt. Als ob. Wie viel Einfluss hatte Kevin darauf? Noch gar keinen. Also waren seine ganzen Aufstände die er damals gemacht hat umsonst. Genau. Er wollte eigentlich nur das Beste für seine Bevölkerung indem er sie anzumt. Ja, hat er jetzt auch. Mhhh nein. Lipspeech. So. Damit wäre das doch ein schöner Schluss für mich. Ich würde noch kurz auf Hendrik warten. Der ist gerade Pizza holen. Hat gerade gepinkelt. Ja. Der hat Druck im Käse. Ich wäre jetzt scheiße einfach so ohne ihn zu beenden ohne dass er noch irgendwas sagen kann. Könnten wir natürlich machen aber. Die eine Minute haben wir noch. Haben wir nicht. Nein. Haben wir nicht? Haben wir nicht. Okay. Aber er kommt gleich wieder. Der ist eben gerade weg. Kommt natürlich darauf an ob er jetzt noch mit dem mit dem Pizzalieferanten flirtet. Ist ja nie ausgeschlossen. Ich glaube ich kann sagen heute habe ich mehr in meiner Stadt geschafft als Alex. Na gut ich habe ja. Ja das kannst du auch. Nein warte mal warte mal warte mal. Inwiefern. Ich habe einen riesigen Block an Investoren und Ingenieuren dazu geballert. Hab die Weltausstellung. 2,5 Stunden hast du relativ wenig. Ne 3 Stunden hast du relativ wenig geschafft. Ich habe aber mehr auf meiner Industrieinsel gebaut. Ist ja das Problem wenn man an allen Ecken gleichzeitig arbeitet. Wenn man natürlich nur auf einer Ecke arbeitet dann geht das auch relativ schnell. Das stimmt. Also dann hast du deine Gedanken immer bei einem Punkt. Das ist jetzt auch nicht großartig zielführend. Hast du eigentlich mitbekommen dass ich meine Flotte verlegt habe Alex? Ich sage erstmal lieber nein. Ich sehe es ja. Ach scheiße ich habe etwas vergessen. Ach scheiße. Stadtverteidigung. Nein 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 ich habe etwas vergessen. So wollen wir dann Schluss machen weil ich habe Hunger. Henrik schauen wir nochmal. Ja ich sehe es gerade. Wo meine Flotte ist? Sieht sehr imposant aus ja. Sehr schön aus. Und jetzt schau dir meinen Hangar an der ist nämlich auch in der nächsten Bauphase. Ich bin auch nicht mal am Nordfall angekommen. Dein Hangar ist in der nächsten Bauphase. Ah die Seitenwände. Ja. Das sehe ich schon. Schade eigentlich dass man den nicht in der alten Welt bauen kann. Mehr Druck im Kessel. Auch wenn ich es nachvollziehen kann. Ich finde es trotzdem schade. Warum kannst du es nachvollziehen? Ja in der alten Welt wäre es ein bisschen sehr effizienter. Muss man das Gebäude nicht beheizen. Ja. Was würde denn rein logisch dagegen sprechen dass man das in der alten Welt bauen könnte? Also ich finde das jetzt halt nicht nachvollziehbar. Die benötigten Leute die da arbeiten das wissen haben wir sowieso. Weil wir haben Ingenieure zuhause und die wissen mit Sicherheit wie man so Luftschiffen macht. Sag mal Koraden verpiss dich mit deiner scheiß Flotte aus Crown Falls äh äh aus Cap Chalorn. Jetzt mal ganz ehrlich deine. Du hast doch bestimmt noch nicht mal die Feinstauplakette an den Scheißschiffen oder? Doch doch. Nee. Guck doch mal was aus dem Schlot raus geht. Das geht doch gar nicht. Die laufen alle auf der äh laufen alle auf der wie heißt die neueste wie heißt die neueste Form nochmal? Keine Ahnung. Die haben den dauersten Dampfmotor den es zu der Zeit gibt. Ja. Trotzdem verpesten die absolut alles was da in der Nähe ist. Guck mal die Vögel da oben die sind schon die wirken fast wie 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 gelähmt. Wegen dem Qualm konzentner Klaus gleich vom Kurs ab. Pass auf. Ist echt so. 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 Schlimm hin. Wie sieht eigentlich mitten am oben aus? Bommeln auf. Das ist denn der Klaus liegt halt da wirklich gerade oben drüber. Wie sieht mein Kautschuk aus? Kautschuk läuft. Wie sieht's mit Kaffee aus? Kaffee. Leucht dicke. Läuft. 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 Das müssen wir in mein Auge walten. Läuft. Läuft. Wo ich dir allerdings ein Kompliment für machen muss Alex. Und das meine ich total ernst. Das meine ich total ernte. Hier ist dein botanischer Gott und der sieht wirklich schön aus. Ja. Als nächstes Ziel kann ich mir mal... Eigentlich wollte ich den Weihnachtsmarkt ja machen. Verdammte Scheiße. Hab ich voll aus den Augen verloren. Nein. Nicht mehr heute. Nein. Heute nicht mehr. Aber trotzdem. Hast du denn Vorschläge wo ich den hinpacke? Daran hast du mich vorhin gescheitert. Weil ich nicht wusste auf irgendwelche Location. Tatsächlich? Würde ich den tatsächlich um die Weltausstellung herum bauen mit? Echt? Ja gut. So extrem riesig würde ich den jetzt nicht machen. Weil ich zeig dir mal gerade kurz wie groß so ein Marktstand ist. Der ist jetzt vernachlässigbar groß. Ne. Der ist jetzt recht winzig. Das sind jetzt die sofort zur Verfügung stehenden. Sieht doch gar nicht schlecht aus. Ja. Also wenn man diesen bisschen... Dann machst du halt nur eine Stelle davon. Ich würde die sogar vielleicht sogar in diesem Viertel hier auf diesem Eck hier lassen. Hm. Das würde ich dir auch raten so ungefähr. Das ist halt sowas, das ist schön in einer Reihe halt. Ah, da ist die Speicherung. Perfekt. Und das sind die Geschenke. Das ist eigentlich... Wie gesagt, dann mache ich das direkt als nächstes. Dann weiß ich... Ich lasse die Kamera auch hier drauf. Dann weiß ich nämlich Bescheid, was ich vorhatte. Gut. Dann... Wünschen... Wünsche ich von meiner Perspektive alles. Schöne und danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Und gehen jetzt weiter an die anderen Spargusten. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ich war's kurz. Kuratenmachparty. Diese Flotte. Alter, da kommt die... Ich bin hier gerade noch beim Weihnachtsmarkt. Gucke jetzt so nach rechts. Jo. Diese Flotte. Und die kommt auch so schön geordnet da noch lang. Wer die ganzen anderen schon wieder durchfahren. Weißt du, da baust du einmal einen Weihnachtsmarkt und auf einmal kommt die ganze Sauftour an hier. Die wollen doch alle nur Glühwein. Das ist halt echt so. Glühwein. Diese ganze Flotte möchte an die drei Weihnachtsmarktstände. Läuft. Ja. Und wenn sie nicht genügt, musst du damit rechnen, dass sie dann den Hafen übernehmen. Das Problem ist, wenn die besoffen sind, werden sie auch meinen Hafen übernehmen. Nein, dafür sorge ich, dass sie das nicht tun. Schiff vom Stapel gelaufen. Uh, er hat ein Dampfschiff gebaut. Ja. Er sollte sich lieber ein Kriegsschiff bauen. So, hier, pass auf jetzt. Uh. Hallo, schenk mir 15.000 Münzen. Angriff. Angriff. Okay. Ey, guck mal. Guck mal, du hast sogar... Henrikas Verteidigung mit seinen sechs Monitoren gegen diese gesamte Flotte. Er hat... Oh, shit. Ich muss hier weg. Verschwindet da. Sofort. Wir haben gerade sogar einen Spielstandsafe. Also wir können... Nein, 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 nein. Ganz, ganz, ganz schlechte Idee. Kannst du noch, sagen wir mal, so zwei Minuten warten, bis ich außerhalb der Reichweite bin, hier am anderen Strand angekommen? Warte, ich fahre lieber mein Schiff hier auch nochmal mit. Wir beenden das jetzt. Einen wunderschönen noch. Tschüss, Ikowski. Tschüss. Die nächste Folge startet mit einer endlosen Zerstörung. Feuerball-Juge. Nicht nur Feuerball. Feuerbällchen.